So, dann sagen wir doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Da. Ich bin der Zobahawk mit der Beiste Joe und die Schlumpfine. Hallo. So, ähm, was machen wir? Machen wir gleich mal eine Quest. Können wir machen? Ja. Mal, dass wir mal... In 211 Metern wäre eine. Ja, genau. Weil, dann können wir das nämlich machen. Einmal mal kurz raus. Und, ähm... Ich mach eine frische Luft. Ja, genau. Weil normalerweise, wir müssten eigentlich auch wieder in eine Mine rein, Stahl, äh, Eisen und sowas alles sammeln. So, so, so. Und, äh, aber da ist immer ein bisschen rauskommen hier. Nicht, dass wir hier einen Lagerkoller kriegen oder sowas. Aber vorher mach ich noch eben hier noch, äh, Tasche leer und so. Ach, warte mal, ich bin fast vor mich hin tot und so. Was haben wir denn da? Ach, wir haben mal eine Erste-Hilfe-Kid. Na, warte mal, der mich immer am Verbindchen. Das hilft ja auch ein bisschen. Mhm. So. Haben wir da was lecker? Oh, hier, du. Das ist ja... Oh, ich sehe gerade immer. Ich könnte auch mal mir mal so ein Pflaster ins Gesicht machen. Mhm. Ja. Oh, so ein bisschen, ne? Also so... Wollte ein bisschen helfen, ja. Mhm. Die sollte ich doch einmal kurz reparieren. Nur aus Sicherheitsgründen. So, ich steige mich noch mit. Das brauche ich ja nie mitschleppen. All den unnützten Kram raus. So. Gut. Das ist das, das ist das. Nämlich da mal an, jawohl. Die brauche ich auch nicht mit. Nein, da nicht. Da hinten. Da liegt ein Huhn. Gutes. Ach, du eins ist nicht. Bei uns am Eingang. Und hier draußen sind ein paar Zombies. Ach, wie schön. Die können wir gleich mitnehmen. Ist dem Gokkula am letzten Meter, der hat neben die Puse ausgegangen, oder? Wo, wo denn? Ja, ne? Da hinten, da. Hier auf der Dich, ja, zwischen den Dings hat er gelegen. Da kommt mal her. Genau, es gibt schon wie ich haue. Los, kommt mal her. Wir wollen mal ein bisschen loslegen hier. Bisschen Sport machen, ne? Genau. So. Lang direkt an vor den Hinterkopf. Guck mal an. Da ist Ruhe. Oh, zu welcher Quest gehen wir zuerst? Was haben wir denn da? Mal gucken. Also in dieser Richtung, 165 Meter ist begibt sich zum Sammelpunkt. Keine Ahnung. Säubere das Gebiet. Stufe 2 säubern. Ja, können wir machen. Ich habe auch eine Stufe 3 säubern hier noch. Ja, dann lassen wir mal zur, ähm, zum Fire Department. Ach, du Himmel. Naja, gut. Alters Kabinett. Ja, dann, dann lass uns mal da hin. 170. Hier vorne, ne? Alters Kabinett, ja. Wo seid ihr denn? Bin jetzt direkt da. Und ich glaube, drinnen waren wir auch schon, also brauchen wir vorher nicht säubern. Ach so. Dann machen wir das. Gut. Würde ich jetzt sagen, da waren wir schon. Letztes Mal drinnen. Ach, da vorne da, ja. 5 Uhr 3. Ich wollte nochmal zum Händler lauern. Mal gucken, vielleicht hat der noch ein paar Teile. Der schläft noch. Der hat noch, ne? Ja. Ja, der hatte Nachtschicht gestern, deswegen, da muss ich ein bisschen warten. Nachtschicht. Stimmt, da waren wir schon drin, ne? Oder waren wir nicht? War ich jetzt gar nicht? Ob wir da schon drin? Doch, ne? Doch, wir waren hier drin, ne? Ja, ja, ja. Ach ja, stimmt, da waren wir schon drin. So. Kann ich annehmen? Jo, jo. Mach mal. Jo? Mach mal. Geht nicht. Geht doch mal. Los geht. Ja. So. Ja, ne? Ach guck, jetzt wird das besseres Wetter. Guck, guck. Die Sonne scheint, wunderbar. Was willst du mehr? Ja. So, hier gibt's Haul, Freunde, und zwar, ne? Nicht so schnell. Nicht so schnell, ne? Alter, Freunde, der kennt ja auch, wird die was vertragen hier? Ja. Ah, da hinten leuchtet irgendwas Grünes. Was ist noch so klein? Wunderbar. Was haben wir hier noch? Warte mal, was ist das da? Stärke handeln. Oh yeah, cool. Denne mich noch mit. Lalalala. Hör mal dran. Hilfe, Hilfe, Hilfe. er traut sich nicht sagen sie schütze ja ja auch komplett zusammengeschossen den kandidaten ja für alte und für neue palim palim so haben wir das an den warte mal durch erste hilfe ja 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 oder jetzt mensch ja draußen ist ein geier jetzt haben wir dann noch einer noch einer hat sich jedenfalls noch ein so der kommt nicht mehr ganz locker ganz locker ein bisschen stahl ja ist aber richtig in den garten warm gemacht da war ja die grünen jungs ja der der hat mich auch böse die grünen jungs sie haben es in sich ja nur noch ein wo ist jetzt so was rucksack ich glaube das hier nicht ne ne meiner ist hier vorne so siehst du wohl hier auch noch was mal hier die kisten aufmachen das wir hier drin oh was zu lesen schön was haben wir hier elektrotraps technik fliegt band 3 möchte ich nicht krieg wo ist der hier habe ich schon habe ich auch schon super hier ist was für dich ich habe auch was für dich warte mal ich habe auch was für dich zu und amapfel zauber und noch einmal für zauber ui ach so hier und taschengeld habe ich auch noch sehr cool dann sind wir doch durch hiermit dann müssen wir ja zum händler zurück sagt er ne aber die andere gleich noch mitmachen können ruhig machen armes kaninchen das nicht mal ein bisschen fett bei raus gekommen hallo also kann ich kliß auch nicht immer unbedingt viel dran naja ähm wo ist die andere dann sag mal die ist doch gar nicht so weit weg wo war sie denn ich sehe die nicht ich sag mal zurück zum händler 370 meter sagt er mir da ist nochmal 150 meter warte mal hier lang auf karte anzeige 150 meter hin in welche richtung da hinten nochmal stufe 2 säubern und stufe 3 säubern ja die stufe 2 machen wir erstmal ja so das dumme ist wieder ich bin wieder voll beladen bis zum kranz hoch ich weiß nicht ob wir da auch kisten haben ja glaube ich das glaube ich das glaube ich weil das die die feuerwache da war oder die polizei das geht doch die feuerwache da waren wir schon mal drin ja da müssten kisten stehen oder doch jetzt ja nicht ja doch ja doch können wir gleich mal voll machen immer ausladen ja ja dann schmeißt mal rein ja ich so ähm warte mal so hopp und den genau die nahtod geschichte muss weg genau so wer macht sie mach ich die ne mach ich nicht aber warte mal bevor wir da reingehen das ist schon leer das polizei ist so weit weg ja wir warten noch sekunde alle alle dabei und sofort 4 und denkt dran da ist der grüne drin ja ja der grüne direkt von mir bei der nase naja lauf weg lauf weg lauf weg er kann ja nur noch krabbeln ja rosalig ja warte mal trotzdem ganz schön was ab ja ja die können furchtbar viel abgehen jungs das ist wirklich enorm 1200 fast 1200 für den knecht alter freund ja gut lohnt sie das ist schon irre ja das ist schon echt heavy ich schnack hier und schnack hier und schnack hier mein kaffee wird die ganze Zeit kalt man ach cool ein dietrich benutzt kommt her kommt her kommt her kommt her flink So. Okay. Uff. So. Achtung! Oh. Ab ist Bein. Das auch. Oh. Ähm, war das richtig, dass diese Flamme aus war? Habe ich ausgemacht. Ah, großartig. Oh, komm. Na, wo fahren sie durch die Decke? Ja, natürlich. Ei. Alter Freund, was war da denn? Da hat mich immer voll die Breitseite erwischt. Also, so wird das nix mit dem Nahtod wegkriegen. Ne. Da hat mir wohl nix. So. Boah. Wer ist denn mit euch? Kommt ihr rein oder nicht? Oder bleibt ihr? Na, ich komm. Ich komm. Ich bin auf dem Weg. Ne, ne. Ich mein hier die komischen. Mhm. Oh, der war. Magenprobleme, du mein lieber Freund. Doch, schön. Gesundheit. Gesundheit. So. Wo sind wir denn jetzt? Ich weiß nicht, er ist hier oben. Geh mir weg, du! Wo? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Achtung, der kommt runter. Alter, Freund. Pferde, du. Das ist ja... Jetzt haben wir ihn. Alter, Freund. Mann, 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 Mann. Pfeile. Cool. Wollte ich schon immer haben. Was haben wir hier unten den dritten? So. Noch n Reifen. Da liegt da noch was drauf. Leder nehmen wir auch mit, ne? Wir, ja. Moin. Moin. Ja. Ähm. Was ist denn hier los? Mal hier. Mal hier. Mal was zum Lesen für dich. So, wann? Baseballschläger Qualität 2. Du hältst das nicht mehr aus. Nein. Ach, nee. Was zum Lesen für dich. Ach. Ich hab auch noch was für dich. Warte mal. Ja. Ja. Schrotfilten geschützt, wenn wir sind freigeschaltet. Cool, denn noch mal. Top. Ja, doch. So, warte mal. Was hab ich hier? Haben wir den fertig hier, oder? Nee. Bei mir ist er noch nicht. Wir müssen noch... Wir können noch... Warte mal, wir können noch ganz nach oben. Warte mal, andersrum. Hier. Hä? Ja, doch. Warte, geh mal weiter. Ja, ich versuch gerade. So, jetzt aber. Hier rüber, hier. Warte. So. Hm? Hier ist ja keine Ars. Ja, hier vorne, glaube ich, lebt noch einer. Hier muss aber immer noch einer sein. Ja, ja. Hier vorne. Wo wird denn angezeigt? Hier, im Türchen, da ist der Guckel. Hol da. Wo ist er denn? Ja. Hä? Ja. War noch nicht fertig angezeigt, also immer stimmt hier noch nicht. Ich will aber nicht runterspringen. Oh, hier. Hier. Cool. Schalldämpfer-Mod. Ah, die ist... Ähm... Zudem, was ist das hier? Immer Wasser drin. Minus drei. Hier geht's noch weiter wahrscheinlich. War da ein Keller oder sowas? Nee, hier hinten auf dem Hof, der Hund. Passt auf. Ach, der Hund. War ein Hund. Da ist er doch, ja. Da kann ich hier runter springen, ja, ne? So. Na ja, wir gucken mal, ob wir ein bisschen Fett rauskriegen. Aber irgendwie ist hier noch irgendwas. Irgendwann ist hier noch. Wird noch was angezeigt? Nee, aber das ist noch nicht fertig. Sonst wäre die ja zu Ende gewesen. Wird ja... Von wegen Händler, ne? Hm. Nee, aber irgendwie nicht. Haben wir irgendwas übersehen? Oh, hier ist eine Tasche. Keine Ahnung. Irgendwann war nix mehr, ne? Ups. Das ist aber komisch jetzt. Warte mal. Hallo Jungs. Ist da noch irgendwo einer? Das ist aber jetzt... Wo ist denn hier noch einer? Da... Bei mir wird die nicht fertig angezeigt. Bei euch? Nö. Bei mir wurde die ganze Dinges überhaupt nicht angezeigt. Hä? Nö. Okay. Ah ne, stimmt. Bei mir wird die gar nicht mal angezeigt. Ich bin da rausgeflogen. Stimmt, ich war ja tot. Ja gut, ich war nicht tot, aber... Wird der Händler angezeigt jetzt, oder was? Ja. Die ganze Zeit schon. Achso, ja gut. Ja, das von der ersten Quest schon, ja. Ja, ja. Dann lassen wir zwei Händler hin. Aber hier ist noch ein Räumchen A, da ist schon viele drin. So und so und so. Ach ne, warte mal, wir müssen erst mal... Erstmal die Kiste. Erstmal alles reinschmeißen. Warte mal. Wups. Hier wird jetzt ne Quest noch in... Ja, das... 63 Meter Entfernung angezeigt. Das ist aber ne Dreier schon. Ja. Und werden wir schon beim Zweier schon so, ne, aufs Maul kriegen? Ich weiß nicht. Na ja, dann lassen wir das, gehen wir erstmal abgeben. Ja. Ist da da was drin? Warte, ich nehm erstmal mit hier, zack. So. Wo ist denn der Händler? Da hinten. So, kriegt ihr alles mit, oder wie? So ein bisschen ist noch drin. Jo. Na, siehste. Ach, siehste, wir haben ja Moped, stimmt. So, ab zum Händler. Gleich mal gucken, was der an coolen Kram hat. So, hast du auf? Tatsächlich. Da ist nix mit drin. So. Wieso, hä? Ich hab doch eine Quest zum Abgeben. Warum willst du das nicht? Warte mal. Ne, die andere Quest wird mir auch nicht angezeigt. Na toll. Beide Quests sind weg. Beide Quests sind weg. Beide Quests sind weg. Auch die, die davor gehabt haben. Die ist auch weg. Oh, wie scheiße ist das denn? Ach, wie scheiße ist das denn? Ach, wie scheiße ist das denn? Mist. Hätte ich nächstes Mal, da mach ich immer nur eine. Nicht mehr zwei. Weinst du, die sind egal? Ja, die erste haben wir geschafft, ohne Probleme. Und die zweite hab ich ja verreckt. Ach so, ja. Und dann sind beide weg. Dann sind beide weg gewesen. Soll ich Stahl einnehmen oder Fertigungsfertigkeit, Zeitschriftenpaket? Stahl haben wir selber. Dann lieber diese Sachen. Nimmer Bücher, ne? Ja, ja, ja. Robotikteile, was hast du denn sonst noch hier? Gewehrteile? Nee, die brauchen wir nicht. Was brauchen wir denn sonst noch? Taktive Warfare, was ist das hier? Das nicht. Grundausbildung zum Feuerwehrmann, Band 2. Warte mal. Handyland, Reparaturwerkzeug, brauchst du, ne? Hab ich. Handyland, ja. Welches Band 2? Ja. Aber Nagelpistole, aber Nagelpistole haben wir ja jetzt schon, ne? Ja. Ob jetzt die 1er besser ist als die 2er oder wo da der Vorteil liegt, weiß ich jetzt nicht genau. Aber... Grundausbildung zum Feuerwehrmann, brauchst du, ne? Ja. Okay, pass mal auf, ich kaufe dir die. Also sauer. Zack. So bist du da. Wupp. Hier hab ich noch mal das Felicio. Pass mal auf. So. Das, da muss ich mal was für Kloppen hier. Und zwar das hier. Mal. Das jetzt nicht mal gebrauchen. Mal ganz kurz in der Küche frisches Trinken holen, ich bin sofort wieder da. Jawohl. Du, ihr dickes, das kriegt Joe, ne? Ja. Ja, ja, ja. Elva. Dann hab ich noch Kochbücher, die benutze ich gleich mal. Dann ist das durch. Weil wir auch hier in die Mücken können wir drauflaufen. Was ist da drin? Was war das hier? Schockstabteile. Darfste haben. Na gut. So, hast du sonst noch irgendwas Tolles? Lebensmittel. Spiel doch nochmal Hard-Dart. Bewegungsmänner. Kommissar. Schrubflinte. Da war nix. Der Eimer. Wofür ist der Eimer eigentlich noch? Für nischt, ne? Kannst du so nicht gebrauchen. Nee. Munition, Waffen. Was hast du hier denn? Nee. Nix Tolles. Na gut. Das ist jetzt ärgerlich mit dem Nahtod, ne? Ja. Wärst du auch so schnell nicht los? Das ist ja das Problem. Wie ärgerlich. Ja, was soll man machen? Wir müssen ein bisschen in die Mine, wa? Die brauchen ja noch. Eisen brauchen wir ja noch eine ganze Hacke voll. Oh ja. Eisen ist, äh, boah. Dann gehen wir erstmal buddeln. Ja. So, ach, die Folge ist auch wieder durch. Da sagen wir doch mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh ja. Oh. Da. Was ist denn?